Wie war der arabische Vorstoß nach Ägypten? Nach Ägypten wurde ein Anschlag auf Oma verübt. Noch vor seinem Tod setzte er ein Gremium ein, das die über die Nachfolge entscheiden sollte. Uthman wurde zum dritten Kalifen. Unter ihm bauten sich Spannungen auf, die mit seiner Ermordung 656 in einem Bürgerkrieg mündeten. Unterdessen ging an der Peripherie die Expansion voran. Nach Ägypten stießen die Araber ab 646 in Nordafrika voran. 648 waren die Eroberer im heutigen Tunesien. Von Ägypten aus drangen die Araber auch nilaufwärts vor bis in den heutigen Sudan. Die Nubier leisteten allerdings erfolgreichen Widerstand. Im Osten ging die Eroberung des Irans voran. Schließlich standen arabische Truppen am Kaspischen Meer und in Zentralasien. Auch wenn Byzanz bedrängt wurde, konnte es als eines der wenigen Reiche Widerstand leisten. Die Südgrenze Anatoliens konnte nicht überschritten werden. Allerdings südlicher gelegene Städte wurden islamisch. Bereits Mitte des 7. Jahrhunderts war damit der arabisch-islamische Raum definiert. Neben der arabischen Halbinsel ist es die Levante, Palästina und Syrien sowie der Iran und Ägypten. Byzanz konnte bis zum 11. Jahrhundert guten Widerstand leisten, auch wenn Konstantinopel selbst bald zum Kriegsziel wurde.